Servus liebe Freunde der Photovoltaik! In diesem Video geht es um Kleinstanlagen, Balkonmodul, Balkonkraftwerk, Guerilla PV, was auch immer, kann man nennen wie man will. Meistens bis 800 Watt oder 600 Watt, das könnt ihr ganz einfach am Balkon oder sonst irgendwo Gartenhütte und so weiter montieren. Ich zeige euch, was ihr euch erwarten könnt an Autarkiegrad, was das überhaupt ist, wie die richtige Anlagengröße für euch ist, wie ihr euer Lastprofil eventuell ein bisschen verschieben könnt, um euren Autarkiegrad zu optimieren, wie viel Ersparnis ihr in etwa erwarten könnt. Ich zeige euch das anhand von drei Anlagen, die aktuell laufen. Auf die könnt ihr dann auch live zugreifen. Ich gebe euch den Zugang zu der Heumens Cloud, dann könnt ihr euch live ansehen, was die gerade produzieren. Ich gebe euch eine Excel-Tabelle frei, wo ihr dann diese Daten euch auch selbst einmal anschauen könnt, ein bisschen damit herumspielen könnt. Alle diese Dinge, das wird ganz interessant. Wenn euch solche Dinge interessieren, ganz generell, also Elektromobilität und Photovoltaik, dann abonniert gerne den Kanal. Mein Name ist Georg Gieglinger, gelandet seid ihr bei Enercap, so heißt auch der Shop, enercap.at, da könnt ihr das dann auch alles kaufen. Wartet das Intro ab und dann geht's gleich los. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass ihr dabei seid. Es gibt auch noch ein längeres Video, eine halbe Stunde dauert das, da sind alle Details drinnen zu diesem Vergleich. Gebe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Link, wen es im Detail interessiert, soll sich das ansehen. Hier gehen wir in aller Kürze durch. So, ihr geht in die Heumens Cloud. Zugangsdaten unten in der Videobeschreibung. Ihr meldet euch an mit Testkunde von Enercap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist das Passwort. Man kann da nichts verstellen. Das Einzige, bitte nicht hier auf Passwort vergessen klicken. Wenn ihr eine DTU bei uns kauft, dann bekommt ihr von uns auch Zugangsdaten und mit diesem Zugang könnt ihr nichts konfigurieren. Nur anschauen, bringt überhaupt nichts. Hier auf Kennwort vergessen zu klicken, hat keinen Sinn. Gehen wir da gleich mal rein. Wir sehen dann hier vier Anlagen. Eine davon, die läuft schon länger. Die heißt Testanlage. Das ist sozusagen eine Balkonanlage. Die ist schon sehr lange im Betrieb. Uns interessieren jetzt diese drei hier. Ein HM400. 400 Watt Wechselrichter mit 380 Watt. Entschuldigung, Glas, Glas, biforziales Modul. Dann gibt es ein HM800 mit zwei solchen Modulen. Und einen HM1500 mit vier Modulen, aber begrenzt auf 800 Watt. Wir machen uns mal das erste auf. Dann machen wir uns die zweite Anlage auf. Und dann noch die dritte. Jetzt haben wir da oben in den Tabs die drei Anlagen. Hier sehen wir es. Die kleine HM400 produziert gerade 86 Watt. Dann haben wir den HM800 mit zwei Modulen. 186 Watt und dann 369. Die größte Anlage. Damit ihr gleich seht, wie das ausschaut. Wenn es da zum Beispiel, gehen wir mal hierher. Ein Tag mit viel Produktion. Dann haben wir hier diesen Tafelberg. Diesen typischen oben abgeschnittenen Tafelberg. Und warum das sinnvoll ist, das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich mir die Daten da runtergeladen. Man kann das hier bei Berichte, kann man sich hier bei Leistung ein Datum wählen. 25. zum Beispiel Bericht generieren. Hier kann man zum Beispiel die Daten runterladen. Das habe ich auch gemacht. Gehen wir wieder zurück. Und es gibt eine Excel-Tabelle. Die sieht jetzt so aus. Hier haben wir schon einen Tag, den 18.03. Da habe ich dargestellt, wie das mit der Erzeugung aussieht, mit dem Lastprofil und mit dem Rest, den man je Anlage aus dem Netz beziehen muss. Netzbezug. So. Wie funktioniert das? Was könnt ihr hier ablesen? Am negativen Bereich hier nach unten seht ihr blau das Lastprofil. Diese kleinen Rundungen kommen daher, dass Excel die Kurve etwas ausrundet. Das grüne ist das Erzeugungsprofil. Und daraus ergibt sich dann je nach Anlage. Hier unten in der Legende seht ihr, welche Anlage welche Farbe hat. Die gelbe Kurve, das ist der HM400 mit einem Modul. Dann kommt der HM800 mit zwei Modulen und der HM1500 mit vier Modulen und begrenzt auf 800 Watt. Das sieht dann der Netzbezug so aus. Und zwar habe ich angenommen eine Grundlast von 100 Watt und dann eine Poolpumpe, die läuft da so den Tag über mit nochmal 700 Watt. Ergibt dann in Summe 800 Watt Last aus dem Stromnetz oder eben vom Wechselrichter. Je nachdem, wo der Strom jetzt dann herkommen kann. Hier könnt ihr euch die einzelnen Tage durchklicken. Da seht ihr die einzelnen Profile, die einzelnen Last- und Erzeugungsprofile. Fünf Tage habe ich da reingepackt. Die sind aus meiner Sicht relativ repräsentativ. Und ihr seht hier zum Beispiel das blaue Last-Profil. Das ist etwas zeitlich nach dem Produktionsprofil. Wir werden das dann gleich mal testen, wenn wir das verschieben. Also wenn wir die Poolpumpe früher laufen lassen, wie sich das auswirkt. Hier haben wir einen Tag. Hier ist 6 Uhr. Hier ist 12 Uhr. Hier ist 18 Uhr. Hier haben wir irgendwann, ja was ist hier? 7 Uhr 15. So, berechnet wird das Ganze so. Hier gibt es auch ein Diagramm über alle fünf Tage. Ist das gleiche wie die einzelnen Tage. Ihr könnt euch die Datei runterladen und selbst herumspielen. Hier sehen wir dann die ganze Berechnung. Hier sind die Rohdaten drinnen. Im gelben Bereich muss man die Rohdaten rein kopieren. Aus diesem, von hier, das habe ich euch vorhin gerade gezeigt, Berichte. Hier kann man das generieren. Ja, und dann kopiert man sich das dort rein. Und hier muss man dann die Formeln runter verlängern. Hier unten muss man dann auch noch die Formeln verlängern. Das ist für Excel geübte Menschen kein Problem. Für die, die nicht geübt sind, ich werde die Datei auch immer wieder mal updaten, wenn ich gerade noch Zeit habe dazu. Dann könnt ihr euch die neu runterladen. Hier seht ihr die Last, Grundlast und dieser Variable Verbraucher, zum Beispiel Poolpumpe von 10 bis 18 Uhr. Und hier wird dann da unten ausgerechnet, wie viel Watt Netzbezug. Dann wie das aussieht mit der zusätzlichen Stromerzeugung aus den Wechselrichtern. Einmal die 400 Watt Anlage, die 800 und die auf 800 begrenzte 1500 Watt Anlage. Hier oben kann man noch den Strompreis eintragen. Und dann bekommt man raus, zum Beispiel, wie viel wurde produziert. Seht ihr in diesem Bereich. Da sieht man zum Beispiel, in diesen 5 Tagen hat die 400er Anlage 6,8 Kilowattstunden produziert. 13,5 Kilowattstunden, die nächstgrößere. Das ist so ziemlich das Doppelte. Und hier durch das Abschneiden auf 800 Watt gibt es natürlich nicht die vierfache Energiemenge, sondern, also nicht die vierfache von knapp 7. Ihr seht, naja, ein paar Kilowattstunden fehlen. Warum? Eben, weil es abgeschnitten wird. Gut, dann schauen wir uns noch an, wie viel Autarkiegrad gibt das. Das kann man hier, diese Ersparnis ist sozusagen der Autarkiegrad. Auf dieses Lastprofil bezogen, würde die 400er Anlage 14% Eigenproduktion ergeben. Also von dem, was ihr Strom verbraucht, würdet ihr dann selbst produzieren. Bei der nächstgrößeren sind es 27 und hier sind es 43%. Das ergibt dann mit diesem Strompreis von 0,35 die entsprechende Ersparnis. Wenn wir jetzt diese 8 Stunden Poolpumpenbetrieb um 3 Stunden vorverlegen, also statt 10 bis 18 Uhr, 7 bis 15 Uhr, haben wir immer noch, Entschuldigung, gehen wir nochmal zurück. So, 10 bis 18, das sind 8 Stunden natürlich, ja, 3 Stunden weniger, 7 bis 15 und ihr seht, das steigt hier auf 55% Autarkiegrad bei der großen Anlage und 1,54 Euro Ersparnis. Wird natürlich mehr, wenn der Strom teurer ist, dann sind es gleich über 2 Euro, je nachdem, das ist ja für jeden sehr individuell. Wenn ihr statt diesen 700 Watt variablen Verbraucher 300 Watt zum Beispiel Grundlast hättet, dann bekommt ihr auch wieder ganz andere Werte raus. Seht ihr auch hier, also man kann sich da ein bisschen rumspielen und das wirkt sich natürlich auch hier auf das Diagramm aus. Gehen wir nochmal zurück, stellen wir nochmal hier die 100 und die 700 ein und dann schauen wir uns das wieder an und dann seht ihr, ja, das sieht ganz gut aus, die dunkelbraune Kurve zeigt, ihr habt nur mehr sehr wenig Netzbezug, ja, das geht zwar mal rauf auf 800 Watt, aber so über den Tag hinweg habt ihr fast keinen Netzbezug. Natürlich dann, wenn die PV nichts produziert, also in dem Bereich und in dem Bereich, habt ihr natürlich vollen Netzbezug, die 100 Watt. Das ist nur eine ganz grobe Rechnung, aber das zeigt sehr schön, was damit möglich ist und nochmal zurück in die Heumals Cloud, hier könnt ihr euch live die Produktionsdaten ansehen, auch zum Beispiel von gestern, schauen wir mal rein, die kleinste Anlage hier, die kommt natürlich nicht auf die vollen 400 Watt und so wählt ihr im Prinzip auch die richtige Anlagengröße für euren Bedarf aus. Ihr seht schon, wenn ihr über den Tag keine so hohen Lasten habt, sondern eher eine Grundlast, dann kann für euch sogar vielleicht zum Beispiel eine 400 Watt Anlage reichen oder wir haben jetzt auch 600 Watt mit zwei Modulen, besonders günstig mit bifazialen Glas-Glas-Modulen, die haben auch eine schönere Rückseite, nicht weiß, vielleicht für den Balkon ganz interessant, speziell wenn man beim Geländer durchsägen kann, produziert dann auch noch ein paar Prozent von hinten, ist aber sehr zu vernachlässigen, also zumindest am Balkon, auf einem Zaun sieht es da etwas besser aus. Ja und je nachdem welches Lastprofil ihr habt, das könnt ihr euch selbst rumspielen, seht ihr dann, hier schauen wir uns noch die Anlage an gestern und dann vergleichsweise noch die ganz große Anlage von gestern, ihr seht hier geht ihr sogar schon in die Begrenzung ein bisschen rein, ihr müsst das eben auswählen, je nachdem welche Last ihr Strom, welchen Strombezug ihr so im Durchschnitt habt, ist es nicht unbedingt sinnvoll, die größte Anlage zu montieren, das kostet natürlich mehr und wird euch auch mehr Ersparnis bringen, aber die Amortisationszeit wird dadurch deutlich länger. Das ist eine ganz grobe Rechnung nur, aber sie zeigt sehr schön, wie unterschiedlich sich das auswirkt, ihr könnt diese Begrenzungen bei uns auch kaufen, ihr könnt so ein 1500 auf 800 Watt begrenzt bei uns kaufen. Ja, wie kann man es montieren, es gibt 1000 Montagesysteme, wie man das befestigen kann, ich zeige euch hier auf den Fotos ein ganz einfaches System mit Ringschrauben, das sind Edelstahl, also nicht rostende Ringschrauben und Edelstahlkabelbinder, bekommt ihr alles bei uns im Shop, das schraubt man hinten in den Rahmen, da gibt es vorgefertigte Befestigungslöcher im Rahmen von den Modulen, das sind Aluminiumrahmen, da schraubt man die Ringschrauben rein, befestigt das mit den Metallkabelbindern, gibt es auch noch eine Zange für jemanden, wenn man es besonders spannen will, geht aber auch so, kann man auch so mit einem guten Seitenschneider dann abzwicken, was zu viel ist vom Kabelbinder. Auf jeden Fall eine ganz, ganz einfache Methode, geht in vielen Fällen und spart euch richtig Geld, ist super stabil, bitte immer drei Personen zu montieren, zwei die das Modul halten, ein dritter, der das befestigt, zu zweit ist das ein Horror, ist viel zu gefährlich. Ich denke, das war genug Information, damit ihr mal wisst, um was es da geht, wenn euch das jetzt ganz genau im Detail interessiert, schaut euch das lange Video an, freut mich, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt, schön, dass ihr vielleicht unten mitkommentiert und das Video liked und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, alles Liebe und ciao. Vielen Dank.